Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord mit meiner bereits vierten Staffel und der jetzt 90. Folge immer noch am 23.04.23 in der Vorproduktion. Bevor es aber losgeht, gibt es dir mein herzliches Dankeschön und zwar geht es diesmal an Marcel2503. Der Marcel hat nämlich am 10.07.2022 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür mal lieber, du warst Nummero 914. Der Marcel verschwindet jetzt aber wieder und ja, es ist so ein kleines Déjà-vu wahrscheinlich für euch, denn wir stehen schon wieder vor Poros. Eben weil mich das jetzt angefixt hat, dass wir das doch mal anders probieren. Also nochmal zur Erinnerung, wer das von gestern zu heute verpasst hat, also von der gestrigen Folge zu heute verpasst hat oder nicht richtig mitbekommen hat. Wir haben schon in Reserve, ach das kann ich gerade nicht nachgucken, okay. Also in Reserve haben wir schon vier Katapulte. Wir bauen absichtlich keinen Bock und keine Türme, denn wir wollen jetzt dann auch Blieden bauen. Mit den Blieden die Mauern leer fängen und zwei Breschen schießen. Und sobald die Breschen da sind und die Katapulte und Ballisten hier oben dann alle weg sind, werden die Blieden ausgetauscht durch die Katapulte. Denn ich habe wirklich das Gefühl, dass die Blieden einfach nur für den Fernkampf richtig gut sind, um richtig massivsten Schaden an der Struktur anzurichten. Aber nicht gezielt auf Belagerungsgeräte und feindliche Einheiten. Dafür wiederum fand ich dann doch schon eher die Katapulte sehr praktisch. Ich habe pausiert, verdammt, Entschuldigung. So, außerdem haben wir jetzt dadurch auch mehr Zeit, die Gegner richtig runter zu hungern. Denn wir haben ja, wie gesagt, schon vier Geräte gebaut. Der Gegner hat schon keine Nahrung mehr. Kann ich nur hoffen, dass wir dann, wenn die Breschen drin sind, dass der Gegner dann nur noch 500 Verteidiger hat und nicht so wie in der gestrigen Folge 800. Und dass vor allem von den hörlehrigen Verteidigern welche wegsterben. Aber das kann man dann wahrscheinlich nicht beeinflussen. Und Chara ist schon wieder angegriffen worden und gefangen genommen worden. Schön! Warum ist es immer Chara, verdammt? Na gut, sie hat kaum Kampfwerte, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, oder? Oh, Appapro Werte, es wurde gelevelt. Machen wir die ganzen Meldungen hier bitte weg? Ich denke, ich möchte gerne was sehen. Aber das geht gar nicht so. Mit Enter. Okay. Ah! Ah! Chara! Toll! Ah! Das ist aber nur Kampfbewegungsgeschwindigkeit. Na komm, kriegst du auch das hier. So, und... Obwohl doch kampfmäßig hat sie ja ein bisschen was. Ein bisschen sehr gut sogar eigentlich. Hm. Aber Führungswerte eher wenig. Ja, okay. Da muss er jetzt nach Führung und Fugt. Da muss er natürlich noch nachziehen. Aber gut. Äh... Ah! Stimmt. Letzte Biele wird gerade gebaut. Wieder fast vergessen. So. Während die sich nämlich jetzt gerade auf die Neugebaute fokussieren, stellen wir einfach schon mal die nächsten drei auf. Zack. Ach, die sind echt gut. Also wenn die mal treffen, dann machen die einen One-Hit, ne? Aber dafür treffen sie halt sehr ungenau. Also... Nicht zuverlässig. Pro Schuss. Aber ihre Trefferpunkte sind halt auch ein Riesenvorteil und... Ja, okay. Feuerrate? Nee, Feuerrate eigentlich nicht. Oder? Wir können mal vergleichen. Feuerrate. Zehn Schuss am Tag. Und die hier 14. Ja. Ich verliere auch gleich schon die erste Blide. Aber wir haben auch schon gute Schäden ausgeteilt an der Mauer. Jetzt ist der Gegner gerade im Nachteil einfach. Sehr gut. Wir werden aber definitiv noch eine Blide verlieren. Wenn nicht sogar zwei. Ah, es wurde wieder Charnopsis eingenommen. Sehr schön. Ist doch wieder... Oh! Oh! Jetzt halt ein bisschen die Qual der Wahl, ne? Clanrang 6. Moment. Wir haben zwei Clanrangen mit Level 6? Oder sind das immer noch dieselben? Komme ich hier langsam echt durcheinander, ne? Oh, ne. Dann soll es Askeron sein. Ah, das ganze System. Wer welche Boot bekommen soll. Ah, ich weiß nicht. Also irgendwie müssen sie es noch überarbeiten. Vor allem für die Spieler, die es gerne rollenspielerischer spielen wollen. Indem sie halt mehr ihre Freunde berücksichtigen. Oder halt nur die Mächtigen. Und so weiter und so fort. So, wie sieht das aus? Okay. Runterhungern ist immer noch so. Ah, ja. Dauert, ne? Gefühlt machen wir mehr Verluste am Gehner durch den Beschuss. Als durch Runterhungern. Gefühlt. Jetzt hat er sogar wieder welche dazu bekommen, verdammt. Na klar, weil die Stadt generiert noch weiter Rekruten, ne? Ah, jetzt ist ein guter Schwung weggehungert. Sehr schön. Die erste Bresche ist auch schon drin. Komm schon, noch schnell die zweite Bresche. Ich werde jetzt nicht noch eine Blieder bauen müssen. Da ist die zweite Bresche. Jetzt ist da aber noch ein Katapult. Mach das weg. Na los. Oi. Klappes Ding jetzt. Die haben immer noch 800 Verteidiger. Was ist denn mit dem Runterhungern? Ach nein, Moment. Das Runterhungern? Stimmt, das habe ich vergessen. Wenn sie nichts zu essen haben, verlieren sie erst Moral. Ist die Moral weg, dann erst verlieren sie Männer. Stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. So, Reserve, Reserve und Reserve. Und jetzt Katapult, Katapult, Katapult und Katapult. Da machen wir nochmal ein Save. LP 01. Ich hoffe, ob der Timer gestartet. Ja. Alles da. Ich bin gespannt, ob das jetzt besser läuft, weil die Katapulte einfach einen viel flacheren Winkel haben und dann damit vielleicht immer direkt hinter die Breschen schießen mit dieser Streumunition. Angriff. Und diesmal lasse ich die KI machen. Automatische Verteilung. Delegieren ist überall an. Gut. Ja. 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 Bin gespannt. Vor allem diesmal hat der Gegner den Nachteil, er muss zwei Breschen verteidigen mit der Infanterie. Wenn die Katapulte clever sind, schießen sie das Tor kaputt. Yo, sie machen es sogar. Geil. Wow. Geht aus meinem Kopf raus, Entwickler. Ich will nochmal kurz einen Blick hinter werfen. Äh, lol. Was? Oh, lol. Was? Moment. Sie kommen gerade. Verdammt. Oh, Vorsicht mit den Katapulten, Jungs. Ich stehe hier auch noch. Ah, verdammt. Ne. Nicht mit dem Pferd. Pferd kommt hierhin. So. Geht doch. Aber die Katapulte schießen nicht so im Winkel, wie ich es gerne gehabt hätte. Und jetzt wieder zurückreiten und wieder selber steuern. Erstmal einschießen und bach. Ganz ehrlich, wer will das jetzt sehen, ne? Das macht Spaß, gebe ich zu. Es macht einen Höllenspaß, wenn man dann mal auch nicht in schönen Volltreffer landet. Aber den muss man erstmal landen. Ah, wie ich gerade sehe. Die Verteidiger sind nicht so gut aufgestellt diesmal, wa? Oben auf der Mauer zumindest. Verdammt, so hoch. Ich will nicht riskieren, unsere eigenen Leute zu treffen. Sehr gut. Ah, ich sehe jetzt aber auch, unsere Bogenschützen sind auch mal genauso jetzt wie ich drauf. Dass sie da dem Gegner oben auf der Bresche einen Zweck geben. Wie konnte der das blocken, bitte? Der war am Schlagen. Der sieht aus wie ein Held, oder? Entschuldigung. Jetzt ist der Goldheim weg, schade. Oi! Oi! Charge, oder was? Das sah schon dezent cool aus. Bisschen wie Spartiaten-Formation. Sag mal, ich sehe drüben auf der rechten Seite in der Bresche ist keine Infanterie von uns drin, oder? Und die hier macht nicht mehr lange. Oh. Au. Hey, ich soll ich hier sehen, du. Der würde mir Steine schmeißen, oder sowas, wa? Das machst du jetzt nicht mal, mein Freund. Der daneben ist ein Ambroschütze. Nein, der daneben. Oh, was? Komm schon. Och, Mann. Jetzt geht er mir den Rücken zu. Oh, toll. Prost getroffen. Okay. Ah, Hallöchen. Ja, den kannst du mal schön liegen lassen, den Stein, du Hund. So. Und nicht anders. Hat die ja gar nicht mehr gedacht an die Typen. Shit. Das hat böse Verluste gemacht bei uns. Apropos böse Verluste. Wir werden gerade... ...zurück gedrängt. Sag mal, hat der schon wieder einen Stein in der Hand? Der war doch tot? Oh, lol. Wie bin ich zurückgedrängt? Lol? Ach, ich hab's befürchtet. Ach, Mann. Entwickler, bitte. Oh, warum? Sowas dämliches einfach. Das war eigentlich schon mal rausgenommen. Borden. Au. Au. Nein. Gehen sie weg. Kusch. Kusch, kusch. Kusch. Nein. Aua. Au. Ich könnte mal Hilfe brauchen. Okay, das war cool jetzt von dem Katapult. Guck mal. Folgen die mir jetzt den Rest ihres Lebens? So bekam ich so ein guten Schild. Ah, greift sie von der Seite an, Männer. Wenn ihr jetzt hier einen Katapult reinheizen würdet, das wär geil. Aber schießt immer noch auf die Bresche. Ja, das ist so dämlich, ey. Oh, ich könnte mich wirklich jetzt schwarz ärgern über die Katapultmechanik immer noch, dass die eigenen Belagerungsgeräte nicht aufpassen, wo sie hinschießen. Ah, bist's. Aber gut, das ist auch eine Taktik, ne? Einfach die Hälfte der Verteidiger an die eigenen Linien reinziehen. Dummerweise macht das viele Verluste bei uns, wie ich grad sehe. Oh Gott, ja. Die greifen... Oh Mann, die greifen jetzt unsere rechte Seite in den Rücken an. Ah, Katapulte bitte! Wo schießen die denn hin, ey? Es ist kaum zu glauben. Und hier ist auch nochmal so viel. Oh Mann. Jo, das war gut. Aber es hat mehr von uns erwischt. Aber gut, heißt es jetzt, dass die linke Bresche leer ist? Definitiv nicht. Aber mittlerweile keine Elite-Truppen mehr. Ja. Keine Elite mehr. Und wir? Ach gut, wir auch nicht mehr. Oder wenig, sag mal so. Wenig. Jetzt kommen auch mehr E-Quests hier rein, wie ich grad sehe. An den Schulterplatten. Ah, du blöder Hund! Okay. Ey, das wird nix. Das wird nix. Wir wären so geschlagen wieder. Ah! Gut, das sind einfach verdammt viele Verteidiger auch, ne? Ähm. Ach so, deswegen. Ja gut, klar. Da stehen ja nicht schon genug Verteidiger. Vor allem hier ist die Elite drin. Ja. Das wird nix. Das wird nix. Definitiv nicht. Die Milizen schaffen es uns aufzuhalten, weil hier, wieder schöner Denkfehler, die Leute rennen jetzt einfach hier lang, weil sie den Turm einnehmen wollen. Statt erstmal hier die Verteidiger platz zu hauen. Nö, die rennen hier lang und beim Land laufen lassen, die sich schlagen. Ach so, nicht Turm, sondern Tor. Okay, Tor. Ja gut, kann nicht verstehen, dass sie ein Tor einnehmen wollen, aber wie wär's denn erstmal mit eigenes Leben auch ein bisschen... Ach nee, sie ignorieren das Tor. Gut. Und stattdessen gehen sie jetzt diesen Turm da rauf. Ich habe grad so viele Fragen und kriege langsam aber sicher so eine Aggressionsader aus dem Comic am Kopf und am Hals. Oh leu, sind wir komplett durch? Oh. Nee. Das sind die Gegner. Hey, wir haben ja noch Elite in Reserve gehabt. Schön. Bringt nur nichts, wenn sie sich auf dem Weg zu ihrem Ziel kaputt schlagen lassen. Schaffen wir es trotzdem? Nö. Wer hätt's gedacht? Äh. Zum Glück habe ich kurz vorher gespeichert. Das ist doch eine verkruxte Sache, ne? Die Belagerungen liefen mal so gut. Und jetzt? Also, im Prinzip... Also allgemein liefen sie mal grundsätzlich viel besser als jetzt. Allein schon dieser Denkfehler. Das ist schlichtweg einfach nur ein dummer, dummer Denkfehler. Dass die Katapulte weiterschießen, während wir schon auf der Mauer sind. Es müsste automatisch der Befehl irgendwo hinten rausgehen, hört auf zu schießen. Kommt nach vorne, wir sind auf der Mauer. Oder wir sind hinter der Mauer oder was auch immer. Aber nö. Es wird einfach auf die eigene Mannschaft geschossen. Äh, ich bräuchte wieder Ballisten... Äh, Blieben, meine ich. So, wartet mal. Ich muss erst wieder... Ah, umständlich. Ich muss erst wieder zwei aufstellen, um zwei neue bauen zu dürfen. Ach gut, die haben es nicht geschneit. Nö, dann hungern werde ich jetzt runter. Aber war ich zu langsam? Autsch. Aber nicht nur runterhungern, auch runterschießen. Ich wollte jetzt bloß erstmal wieder Blieben gebaut haben. Aber die eine hier wird relativ schnell verloren gehen. Denk ich mal. Jopp. Und... Burke Gaos. Askyron. Oh. Dann lieber euch. Ist ja auch ein Freund von uns, ne? Ja. Dann lieber Tarsinor. Kurion bräuchte auch langsam mal was wieder, ne? Ah. Schwierig. Ach, guck mal, wer da kommt. Und gegen seine alten Lehnsherren kämpfen möchte. Sehr gut. Vor allem auch fast tausend Mann. Sag mal, wie lange dauert denn das hier mit dem Unterhungern, bitte? Aber die Moral ist ja immer noch bei 63,1. Warum nimmt denn die nicht ab? Also wenn wir jetzt hier pro Gerät immer nur zwei, drei Tote verursachen, dann habe ich nach der Belage oben keine Einflusspunkte mehr. Meiner nur. Ah, ne, jetzt, jetzt geht's wieder ein bisschen runter, aber es dauert ja ewig, bis der Durchschnitt runter geht. Ich hätte ja gehofft, dass wenigstens bei der Miliz zum Beispiel, die ist bei Moral 18 nur noch, dass die jetzt schon mal richtig runter geht. Warte, vielleicht ist die schon runter? Ne, die hat noch 45 Mann. Eigenartig. Das dauert wirklich ewig. Das ist sehr Einflusspunkte kostenintensiv. Aber hey, Alea, es gilt und es gilt und es gilt. 121 hat sie mittlerweile. Uff da. 10% Präzision eurer Belagerungsmaschinen wären Belagerungsbeschuss in der regierten Siedlung und Armbrustschaden durch eure Truppen 5% höher. Ja, das meinte ich vorhin. Also in der gestrigen Folge war das, glaube ich, dass das eigentlich am meisten Sinn macht. Armbrust und Baukunst zusammen zu gehen. 25% verursacht das Schaden gegen Mauern während Belagerungsbeschuss und 10% verursacht das Schaden eurer Truppen gegen Schilde. Ja, sie führt da keine an. Keine Truppen. Dann lieber die Präzision. Das ist aber halt nur in diesem Modus, wo wir jetzt gerade drin sind, in diesem Aushungern-Modus. Das ist nicht im Belagerungskampf dann. Was wäre hier das nächste? Ah, noch mehr Präzision. Und hier? Für Ballisten. Okay. Gut. Jetzt haben die wieder mehr Moral als vorher. Wollen die mich verkackt bubsen? Die haben keine Nahrung mehr. Aber jetzt sag mir nicht, das geht nur auf die Garnison. Und nicht auf die Truppen, die drin sitzen. Doch. Es gibt keine Garnison mehr. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Aber hier mal kurz. Geht das überhaupt noch? Dem Tooltip? Ja. Ja. Die Garnison ist alles. Also komplett die Garnison ist weg. Aber die Miliz hungert noch nicht runter. Und die Truppen, die drin sind, die essen nicht aus der Belagerung die Nahrung, sondern aus ihrem eigenen Inventar. Da kann es ja bloß noch Jahre dauern hier. Kommst du zur Hilfe? Nee. Aber auf der anderen Seite, wir haben gerade beide feindlichen Armeen gebunden. Immerhin. Das macht nur keinen Sinn gerade. Der kriegt wieder Truppen dazu? Das ist doch nicht dein Ernst. 62-4. Warten wir auf den nächsten Tag. 62-3. Nee. Das wird so schnell nichts. Alle, er ist aufgestiegen. Sehr schön. Ich meine, gut. Jetzt geht die Kleiner erstmal ordentlich. Das ist nicht zu verachten. Nee, werfen hat er sie. Genau, okay. Da kann sie. Da kann sie. Dann kriegt sie erstmal hier. Und hier wollte ich ihr noch mehr Präzision geben. Hm. Und du? Der Krieg läuft ohne uns im Hintergrund. Macht das hier vielleicht mal Sinn? Vielleicht ist das moral schädigend, weil Feuer geschossen und so? Oh. Oh, ja. Oh, nee. War Zufall. Schade. Oh. Nee. Dann stellen wir doch lieber wieder die Bliebenen auf. So. So. Das war jetzt noch keinen Sinn mehr Türme zu bauen, weil wir haben ja Breschen drin. Der Rambog. Verdammt, der Rambog, der könnte wirklich noch was bringen. was Tor aufmachen, sind sie gezwungen, Truppen von den Breschen abzuziehen. Hm. Was interessiert mich jetzt? Achso. Ah, frisch erobert. Okay. Was interessiert mich da jetzt? Sie gehört doch gar nicht mir. Aber gut. Frisch erobert deswegen. Sie gehört erstmal mir. Ja. Moment, nicht mehr lange. Jetzt ist es eigentlich egal, wem ich sie gebe. Weil sie wird ja gerade wieder belagert. Ich würde es auch gerne sehen, was gerade so im Krieg vor sich geht, aber irgendwie. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Da ist noch keiner unter Level, also unter 50. Ah, doch, wartet mal. Doch. Haftalamos-Trupp ist unter 50. Die Miliz immer noch. Aber Miliz ist immer noch bei über 40, nehme ich mal an, ne? Ach, die werden sogar mehr. Ihr wollt mich doch verarschen. Das ganze System ist einfach kaputt. Es tut mir leid, Leute, aber wenn da steht, Nahrung der Siedlung 0, dann hat die Gefälligst 0 zu sein. Und nicht, dass die hier ihre eigene Nahrung haben, und die immer noch nehmen. Das ist doch dumm. Dann hätten sie doch die Nahrung, die hier drin ist, darauf rechnen können. So wie sie es ja bei mir hier auch machen. Hä? Nee, also, letzter Angriff. Und wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir sie doch irgendwie versuchen, rauszulocken. Wir machen wieder den, wir machen wieder den. Ist der Rambock fertig? Ja. Gut. Vielleicht bleibe ich diesmal auf dem Gaul. Damit ich schnell genug die Position wechseln kann. Wow. Moment. Haben wir gleich. So. Weg da. Ha! Der ist runtergefallen, lol. Nein. Hi. Hehehehe. Ah, der hat sich das anders überlegt. Aber der da? Ah, warte mal. Der da noch. Herzchen, Robin. Okay, das war zu hoch. Ah! Blöder Hund! Au! Von wo? Wo bleibt der Rambock? Ah, wir sind schon hier an der Bresche dran. Das finde ich gerade ziemlich sinnfrei. Kommt zurück. Das ist jetzt unnötig Verluste. Lasst erstmal das Tor aufmachen. Ich wollte gerade sagen, ist das euer Herz, dass jetzt niemand das Tor, äh, den Rambock schiebt? Aber doch. Ausreichend, Leute? Ja. Sechs Leute. Gut. Müssen wir erstmal ein Schießduell draus machen. Schildwall. Äh. Wieder auch Schildwall. Ach so, das sind die gar nicht. Die hier noch. Genau. Schildwall. So. Wenigstens schon mal die Verluste Geringheiten. Wir haben schon das erste Banner verloren. Toll. Oder auch nicht. Müssen wir jetzt erstmal auf den Rambock warten. Ah, sehr schön. Die Blieder hat gerade einen schönen fiesen Treffer gelandet. Darf ich, Denkern? Ja, darf ich. Finde ich gut. Ich hab doch 25 Schuss. Ah. Nee, muss ich näher ran. Das klang ungesund hinter mir. Also ein paar, oh. So ein paar Elite da hinten rausnecken. Gibt's doch nicht. Aua. Warte mal. Da hat sich einer als selber gedacht. Wo schießen die denn? Ach da. Nein. Dein Ernst. Was? Moment. Oh, dein Ernst, Robin. Was machst du denn da? Au. Au. Ich sollte vielleicht so langsam, aber sicher mal ein bisschen in Deckung gehen. Die Nächsten schicken sie hier nichts mehr hin. Mist. So. Und hier auch sehen wir dann, was mit dem Rambock ist. Wenn der das jetzt schaffen sollte, dann können wir wieder Delegieren anmachen. Ja, zum Glück hab ich den Schild hier oben. Und ich würd so gerne sagen können, hört auf zu schießen, Blieden. Sobald wir den Angriff starten. Aber die bleiben ja dran. An den Geräten. Und schießen einfach immer weiter. Und den ist so scheiße, ja, was sie treffen. Na, müsste doch gleich auf sein, die Luke. Hey. War schon mal weh, dass ich froh bin, dass ich ein Schild gehoben habe. Ich hab schon vier Pfeile drinstecken. Jopp. Luke ist offen. Delegieren an. Jetzt bin ich gespannt. Ich halte mich immer ein bisschen in Bewegung, in der Hoffnung, ich seh' wieder so'n Stein-Schmeißer. Es geht keiner durchs Tor. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Es geht keiner durchs Tor. Achso, ja. Das innere Tor ist... Ach, ich Idiot. Okay. Das war doof. Mist. Ich hab' schon. Ah, der Angriff hat so'n geschlagen. Dann sind so wenig Leute hier. Huch. Was? Wie konnte ich da jetzt nichts treffen? Oh. Cool. Danke. Garn, du schaffst das. Ich glaub' an dich. Ähm. Okay. Wir sind drin. Wie zum Geier. Ja, natürlich. Sie sind wieder hier langbasiert und haben sich abschlachten lassen. Oh. Ja. Der sah gut aus. Hat aber nicht viel gebracht. Hey, wow. Wir sind über die Bresche drüber. Haben sogar noch ein bisschen Reserve im Hinterland. Schickt er die Bogenschützen da eins und rüber? Och, Mann. Nee. 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 Nee, Leute. Ich würd' sagen, wir sind uns einig. Belagerungssystem ist kaputt. Da muss wieder was korrigiert werden. Was verbessert werden. Da ist auf jeden Fall was kaputt. Und ich lass mir jetzt ne Strategie einfallen, wie wir die da rausbekommen aus der Mauer. Aus Poros rausbekommen. Ansonsten belagern wir halt einfach was anderes. In der Hoffnung, dass wir sie dann, ja, aufs offene Feld rauslocken können. Na, der Verteidiger macht's echt gut. Kann man nicht meckern. Der rennt immer dahin, wo er grad die Kräfte braucht. Aber dass unsere Leute jetzt hier das innere Tor nicht aufgekloppt haben, versteh' ich nicht. Da ist definitiv ne Prio einzustellen noch in der Programmierung. Da ist die Priorität einfach falsch gesetzt. Und vor allem, wir haben jetzt mal wunderbar gesehen, dass brechend an sich nicht der Trumpf sind, ne? Klar, sie machen's uns einfacher, aber sie sind halt nicht der Trumpf, wenn dahinter 400 Mann stehen. Das ist natürlich, ja... Da muss man sich andere Taktiken einfallen lassen. Und vor allem haben wir wunderbar gesehen, Aushungern ist kaputt. Oh, gewinnen wir noch? Ich glaub' ja. Oder? Wow, sie haben mal dran gedacht, ein Tor zu öffnen. Und laufen jetzt wieder zurück. Äh... Also wenn das unsere letzten Leute sind, dann... Bezweifelig, dass wir gewinnen. Vor allem, wenn sie oben lang rennt, während der Gegner unten steht. Aber gut, mach' ich ja auch gerne, um halt von oben Sachen draufzuschmeißen auf den Gegner. So zum Beispiel! Danke! Aber das war ne Bliete. Ist gerade hier hinten reingepfeffert. Okay. Aber sich den Turm zu schnappen an sich ist jetzt nicht unbedingt der Schlüssel zum Sieg, ne? Ach, die haben auch nichts mehr zum Schmeißen. Hm. Ja, das hat jetzt Sinn gemacht, dass drei Leute in die Traume reinrennen. Hm. Und die Bogenschützen, die sind draußen geblieben, oder wat? Ne, doch nicht. Uff, unsere letzte Verstärkungswelle. Fünf Mann. Vier Mann. Okay. Drei Frauen, ein Mann. Entschuldigung. Schaffen wir trotzdem noch? Das sieht sehr knapp aus. Wir schaffen's noch, aber mit extremen Verlusten, ey. 500 Mann auf unserer Seite. Tot. Nicht verwundet. Tot. Ist jetzt wieder irgendwo einer festgebackt? Ich raste aus, ne? Äh, krass da aus. Ah. Victory, okay. Ei, 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 ei. Ne. Also jetzt ehrlich, Leute. So wird das nix. Da muss definitiv wieder was gefixt werden. Ja, ja. Ich will bloß schnell laden. Ne, das, ne. Ne, also hab ich schon mal ne erwähnt? Ne. Tut mir ist natürlich leid, dass daraus jetzt drei Folgen, also zwei Folgen wurden aus dieser Belagerung. Aber dann müssen wir halt das offene Feld rauslocken. Verdammt, das ist nicht der Autoshaft, den ich wollte. Marf. Obwohl, ist nicht schlimm. Ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat und wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao, ciao.